Hallo, herzlich willkommen bei What's Up, der Fliegerblog. Ich bin der Markus und ich bin der Martin, frisch aus Italien eingetroffen. Wie war es? Wie war es weiter? Ja, ging so. Zum Fliegen war es nix. Ich war gegroundet, weil ich glaube, man hat es auf meinem Video gehört. Es war ein bisschen windig. Ich bewölkte ein bisschen wärmer, aber ganz okay. Und bei dir? Jetzt geschneit. Also somit habe ich tatsächlich zu Hause meinen Kleinschirm gebügelt und ein bisschen zum Fenster rausgeschaut, in der Hoffnung, dass das Wetter schöner wird. Jetzt ist es ja soweit. Bald zum Fliegen gehen. Und es ist soweit, dass wir zwei morgen auf die Aero 2012 nach Friedrichshafen fahren. Genau. Coole Sache. Ich freue mich. Ich bin richtig gespannt. Ich bin der Auftritt. Das wird cool. Ich habe gehört, wir haben ein paar coole Interviews. Du besuchst die Jungs von Shark Aero. Genau. Das Gerät sehen wir hier. Schnellstes Ultraleichtflugzeug. Jetzt mit deutscher Zulassung. Das reißt dir die Wurst vom Teller, das Ding. Absolut. Und den werden wir auf den Zahlen füllen. Mal schauen, was das Ding wirklich kann. Sehr cool. Dann sind wir beim Buschfliegerpiloten in Deutschland. Dem Tom Huber. Der hat den Deutschlandvertrieb für die Savage und hat die Endmontage in seinem Hangar. Sehr coole Sache. Ist so ein Piper Cup. Genau. Den werden wir auch mal besuchen und mal ein bisschen schauen, was es alles so Neues gibt. Den werden wir auch zukünftig mal in seinem Hangar besuchen und da mal ein bisschen schauen. Und schauen, ob das Ding zusammengeschaut wird. Genau. Wunderbar. Ein paar andere Sachen haben wir auch noch vorbereitet. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Klar. Gibt jede Menge zu gucken in der nächsten Zeit bei uns. Und auf der Messe wird es ein paar tolle Sachen geben, die wir uns anschauen. Und dann nehmen wir euch mit. Genau. Freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Und schaut ab und zu mal rein. Wird sicherlich interessant. Alles klar. Bis dann. Servus.